Es gibt eine schleichende Gefahr, die nennt sich Knochenschwund und das betrifft vor allen Dingen Frauen. Vor allen Dingen Frauen mit Zyklusstörungen oder aber auch einem längeren Ausbleiben der Periode, sei es bei Leistungssport, Essstörungen oder auch in den Wechseljahren. Worauf du da achten solltest, warum das eine schleichende Gefahr ist und wie man mit Ernährung zum Beispiel einen riesen Step macht, um Knochengesundheit zu wahren, das alles erzähle ich dir in diesem Video. Du kennst sie vielleicht auch, die alte Omi, die über die Straße geht und einen ziemlichen Buckel hat. Und du fragst dich auch schon immer, woran liegt das eigentlich, vor allen Dingen früher, dass die Frauen so viel einen Buckel hatten. Genau das liegt daran, was ich dir heute alles erklären möchte an dem Knochenschwund aufgrund eines Hormonmangels. Was haben denn jetzt schon wieder die Hormone mit dem guten alten Knochen zu tun? Das kann ich dir ziemlich fix erklären, denn es gibt die zwei Haupthormone der Frauen, das Östrogen und das Progesteron. Und auch wenn die sich oftmals wie Yin und Yang so ein bisschen unterscheiden, sie haben auch viele gemeinsame Aufgaben. Und das betrifft vor allen Dingen die Knochengesundheit. Denn Östrogen hemmt die sogenannten Osteoklasten, das sind die Zellen, die Knochensubstanz abbauen. Sie hemmen also die abbauenden Zellen am Knochen. Progesteron hingegen fördern die knochenaufbauenden Zellen, die sogenannten Osteoplasten. Also im Umkehrschluss, wenn wir einen Hormonmangel haben und diese zwei Hormone runterschrauben, haben wir einen verminderten Knochenaufbau plus einen vermehrten Knochenabbau. Und da braucht man nicht einsteinend sein, um zusammen zu zählen, dass das irgendwie auf lange Sicht auf Knochenschwund hinausläuft. Und das wiederum auf Knochenbrüche hinauslaufen kann. Und das kann natürlich erhebliche gesundheitliche Folgen mit sich bringen. Osteoporose, ja, da war was ganz hinten im Kopf, steckt dieses Wort, aber was genau ist das? Stell ich dir so vor, dass die Mikroarchitektur des Knochens, wenn man sich einen Knochen aufschneiden würde und reingucken würde, dann sind da sehr viele kleine Trabekel, sieht aus wie ein Spinnennetz. Und dieses Spinnennetz sorgt dafür, dass unser Knochen stabil ist. Das ist also nicht eine feste Masse, so ein Knochen, wie man sich es vielleicht aus Filmen oder so vorstellt, sondern das ist ein fein verwobenes Netz. Und je feiner das verwoben ist, desto stabiler ist ein Knochen. Und je weniger fein verwoben es ist, je gestörter diese Mikroarchitektur ist, desto brüchiger ist ein Knochen. Und das genau passiert bei der Osteoporose. Die Vorstufe der Osteoporose nennt sich Osteopenie. Und darauf läuft es hinaus, wenn wir zu wenig Hormone bilden. Und das betrifft vor allen Dingen Frauen in den Wechseljahren, ja, aber auch Frauen, die Ausbleiben der Periode haben, auf lange Sicht. Das können zum Beispiel auch Leistungssportlerinnen sein. Und bei denen ist das gar nicht so unrelevant, weil die Hormone ja wahnsinnig viele Funktionen haben. Auch was die Skelettmuskulatur angeht und die Gelenke angeht, habe ich dir ein Video schon hier gemacht, verlinke ich dir hier oben. Betrifft das jetzt jede Frau? Ja, kann man so sagen. Ab dem 40. Lebensjahr weiß man, dass die Knochenmasse um ein Prozent pro Jahr abnimmt. Das ist Fakt. Bei Frauen in den Wechseljahren sind es sogar vier Prozent Knochenmasseverlust pro Jahr. Und somit ist ein Viertel der Frauen zwischen 50 und 64 von Osteoporose betroffen. Muss man sich mal vorstellen. Und über 50 Prozent der über 65-jährigen Frauen ist auch von Osteoporose betroffen. Also jede zweite Frau, Ü65, hat Osteoporose und weiß es vielleicht noch gar nicht. Neben dem Hormonmangel gibt es auch noch eine Vielzahl von anderen Risikofaktoren, wie du hier in dieser Liste siehst. Es sind also nicht nur die Hormone oder der Hormonmangelschuld, sondern vielleicht kannst du eins von diesen Punkten auf der Liste auch streichen für dich und das Risiko so noch weiter zu minimieren. Und ich habe es anfangs erwähnt, das größte Problem ist eigentlich, dass ein Knochenschwund sehr unmerklich passiert. Du verlierst an Körpergröße. Okay, das passiert uns allen früher oder später. Du kriegst vielleicht eine etwas gebücktere Haltung. Das passiert aber auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern sehr schleichend über Jahrzehnte. Ein Indiz dafür, dass Knochenschwund passiert, gerade in der Wirbelsäule, können Rückenschmerzen sein. Problem ist, Rückenschmerzen habe selbst ich als junger Mann. Also sind das alles Indizien, die zwar darauf hindeuten könnten, aber jetzt nicht festlegen, okay, hier muss ein Knochenschwund vorliegen. Frage ist also, wie kann ich erfahren, ob ich vielleicht schon von so einer Osteoponie betroffen bin. Und hier kommen wir auch zur Prävention, denn das letzte Symptom einer Osteoporose sind Knochenbrüche von Lappalien. Knochenbrüche können sogar stattfinden, ohne dass man irgendwo drauf fällt, sondern einfach aus dem Nichts. Und das ist natürlich die Endstufe dieser Osteoporose. Die gilt es zu verhindern. Was gibt es also für diagnostische Mittel? Eine relativ banale Methode ist der sogenannte FRAX-Score. Hier werden epidemiologische Daten genommen, wie zum Beispiel Alter, Gewicht, BMI, ob du rauchst, ob es früher schon mal Knochenbrüchte gab, ob es andere Vorerkrankungen gibt. Und die alle werden in einen Rechner gepackt und unterm Strich wird dir was ausgespuckt, ob du ein 10-Jahres-Risiko hast, an Osteoporose zu erkranken oder ob das Risiko eher gering ist. Hier bedient man sich also einfach epidemiologischer, also Daten von anderen Menschen, um zu gucken, wie hoch ist so ein Risiko. Es gibt aber auch noch eine ganz praktische Anwendung, wo man sich Knochen direkt in einem Röntgenbild quasi anschaut. Und das nennt man dann auch Knochendichtemessung in Klammern DXA. Hier wird mittels Röntgenstrahlung die Knochenflächendichte in Referenz zur Knochenflächendichte einer 30-jährigen Bevölkerung genommen und geschaut, wie gut ist deine individuelle Knochendichte in diesem Augenblick. Super Methode, würde man ja denken, toll, sollte ja jeder Mensch irgendwie mal alle zwei, drei Jahre machen. Könnte man, ist aber meistens eine Selbstzahlerleistung, kostet zwischen 50 bis 60 Euro im Schnitt. Es gibt andere Städte, da ist es ein bisschen teurer. Frauen, die Brustkrebs erkrankt sind und eine spezielle Medikation danach nehmen, um den Rezidivfall zu verhindern, die haben teilweise Anspruch auf diese Knochendichtemessung, weil diese Medikamente eben zur Knochenschwund führen können. Aber das ist wirklich sehr individuell und begrenzt auf dieses Patientenklientel. Was man noch schauen kann, Vitamin-D-Spiegel im Blut. Ihr wisst vielleicht zur Genüge, dass wir hier in Deutschland natürlich immer ein Problem haben mit unserem Vitamin-D-Spiegel. Liegt zum anderen daran, dass wir jetzt nicht so viel Fisch zu uns nehmen, jedenfalls in diesen Gebieten, wo jetzt kein Meer um die Ecke ist, und dass wir vor allen Dingen in den Wintermonaten nicht über die Sonnenstrahlung Vitamin-D produzieren können. Weshalb ein gesenkter Vitamin-D-Spiegel resultiert. Das zusammen, wir haben es vorhin in den Risikofaktoren gesehen, mit anderen Risikofaktoren kann auch zu Knochenschwund führen. Weshalb eine Vitamin-D-Spiegelbestimmung in deinem Blut ein- bis zweimal im Jahr, man sagt immer im Herbst rum, also vor dem Winter und dann zum Frühjahr hin zum Beispiel, gar nicht so eine schlechte Idee wäre. Auch hier ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Selbstzahlerleistung. So, dann schauen wir uns doch mal an, was kann ich dagegen tun, was können wir präventiv denn machen? Und wir waren gerade beim Vitamin-D, dann bleiben wir doch dabei. Vitamin-D-Spiegel testen und checken, okay, was mache ich jetzt, wenn ich einen Mangel habe? Ja, entweder ernährungstechnisch gucken, dass man eben Vitamin-D-haltig sich ernährt, ist nicht ganz so easy, wie du herausfinden wirst. Deswegen ist die Substitution auch mit Nahrungsergänzungsmitteln manchmal die beste Wahl. Und hier muss man ganz individuell schauen, wie tief bin ich im Keller, was brauche ich, um meinen Vitamin-D-Spiegel im präventiven Bereich zu halten. Und wenn wir beim Vitamin-D sind, dann müssen wir auch Magnesium ansprechen. Magnesium reich sich zu ernähren ist immer eine gute Idee. Magnesium hat wahnsinnig viele wichtige Funktionen, unter anderem eben die Aktivierung von eben solchem Vitamin-D. Es ist also indirekt auch beim Knochenaufbau beteiligt, dadurch, dass es Vitamin-D aktivieren kann. Dann, das ist kein Geheimnis, hat dir wahrscheinlich deine Oma schon erzählt, Calcium-haltig ernähren. Calcium ist wahnsinnig wichtig, das Bestandteil des Knochens und deswegen auch unfassbar wichtig mit Phosphat am Knochenaufbau. 1,2 Gramm sollen wir im Durchschnitt zu uns nehmen. Es gibt wahnsinnig viele Lebensmittel, die viel Calcium enthalten. Es ist also gut, über die normale Ernährung zu decken und deswegen brauchst du in den seltensten Fällen auch Nahrungsergänzungsmittel. Phytoöstrogene. Wir haben schon über die pflanzlichen, hormonähnlichen Stoffe geredet. Ganz viel hier ausführlich auf diesem YouTube-Kanal und ja, auch Phytoöstrogene können ihren Beitrag leisten, denn sie haben einfach von der molekularen Struktur Ähnlichkeit zum körpereigenen Östrogen und können deshalb auch am entsprechenden Rezeptor andocken und auch eine ähnliche Wirkung verursachen, wenn auch in abgeschwächter Form. Aber Soja, Edamame, Tofu etc. sind auf jeden Fall eine gute Basis für diese Phytoöstrogene und sollten auf dem täglichen Teller auch nicht fehlen. Dann kommen wir zum nächsten Punkt. Bewegung und Sport. Stell dir einen Knochen wirklich vor, der ständig gefordert werden muss, damit er eben diese Mikrostrukturen, die wir vorhin hatten, weiter aufbaut. Ein Knochen, der nicht belastet wird, der hat auch keine Notwendigkeit von stoffwechseltechnisch, da irgendwas aufzubauen, denn der Knochen wird nicht belastet, also wird er nicht gebraucht. Also fährt diese Mikroarchitekturstruktur runter und du hast mehr Neigung zu Knochenbrüchen. Was also hilft? Ausdauersport, Bewegungssport, Kraftsport vor allen Dingen. Schnelle, ruckartige Bewegung. Mein Lieblingssport, Tennis zum Beispiel, ist ein wahnsinnig toller Sport, um ruckartige Bewegung, schnelles Starten, Stoppen, Sprinten, Bewegungsänderungen zu etablieren und man bewegt sich dabei, macht noch Ausdauersport, aber auch andere Bewegungsarten, Badminton, Squash, aber auch Joggen, Walken, Kraftsport sind alles tolle Möglichkeiten, um seinen Knochen zu stärken, auch langfristig. Das sollte man aber zwei bis drei Mal die Woche tun, 45 bis 60 Minuten, um wirklich jedes Mal den Impuls zu geben für Knochen und Muskeln. Hier ist noch was zu leisten, hier müsst ihr noch ein bisschen aufbauen. Dazu gehört natürlich auch eine gute Ernährung, wie wir gerade schon gehört haben. Dann müssen wir auch über Hormonersatztherapie sprechen. Vor allen Dingen die bioidentische Hormonersatztherapie, zu der ich ja auch schon Videos gemacht habe, darfst du dir hier gerne einmal anschauen. Natürlich ist es so, wenn man in den Wechseljahren steckt oder aber auch Leistungssport betreibt und hier extrem im Hormonmangel ist oder aber auch eine Essstörung hat und deswegen die ganze Hypophyse runtergefahren ist, körpereigene Hormone einfach nullinger sind, nichts mehr da, muss man dem Körper das eventuell auch zurückgeben, was ihm fehlt, um hier langfristig für Gesundheit zu sorgen. Es gibt also tatsächlich Patienten, die ich betreue, die sehr jung sind, Mitte 20, eine Essstörung haben, aber im absoluten Hormonmangel liegen und deswegen eine Hormonersatztherapie bekommen, genauso wie Frauen in den Wechseljahren, um hier einfach das Risiko zu minimieren, dieser Begleiterscheinung, wo eben die Osteoporose auch dazugehört. Dann gibt es natürlich noch Mittelchen, Medikamente, die den Knochenaufbau wieder gewährleisten, unterstützen oder auch den Knochenabbau unterdrücken. Das ist vor allen Dingen für Frauen interessant, die eben, wie vorhin schon erwähnt, Medikamente nehmen müssen, die zum Knochenabbau führen. Und da will man natürlich das vermeiden, dass man ein Medikament nimmt, was gegen eine Erkrankung, zum Beispiel Brustkrebs, gerichtet ist, aber gleichzeitig eine Osteoporose fördert. Hier muss man also gegen diese Nebenwirkung anderes Medikament nehmen, damit der Knochenabbau nicht vonstatten geht. Ja, ich sehe schon, diese bioidentische Hormonersatztherapie, die hat es dir angetan. Darfst du dir das Video gerne mal anschauen, da erkläre ich das ganz im Detail. Und was Leistungssport und Hormone miteinander zu tun haben, wie man das vielleicht auch gut vereinen kann, das zeige ich dir hier unten in diesem Video. Und des Weiteren vergiss natürlich nicht, hier unten den Abo-Knopf zu drücken, damit ich euch helfen kann, euch selbst besser zu helfen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin und viel Spaß. Ciao.